Sitzen Sie alle bequem? Ja. Erhebt gefälligst alle eure abgefuckten Ärsche, wenn ich rede! Ihr werdet als verdeckte Ermittler in einer Highschool eingeschleust. Ihr seid nur hier, weil ihr jung aussieht. Ihr habt diese Justin Booby, Miley Cyrus Milch fressen! Käpt'n Frechdachs. Ich weiß, was ihr denkt. Ein zorniger, schwarzer Käpt'n. Das ist doch nichts weiter als ein dämliches Klischee. Tja, Überraschung, ihr Vollpfosten! Ich bin schwarz und ich hab mir den Arsch aufgerissen, um Käpt'n zu werden. Und manchmal werd ich zornig. Und ich steh dazu! Was ich euch damit sagen will, benutzt diese Klischees. Der junge Mann hier zum Beispiel, gut aussehend. Und wahrscheinlich ist der Brunst dumm. Und dann der hier. Er ist klein und unsicher. Und wahrscheinlich kennt er sich mit Geld aus. Du kennst dich mit Geld aus. Wie bitte?